Ein Haus konzipieren und bauen ist seit jeher auch immer ein Anspruch an Ästhetik und Funktionalität. Mehr Komfort bei weniger Energieverbrauch sind heute die großen Herausforderungen. Dank wachsender Digitalisierung ist Smart Home aber keine Vision mehr, sondern Wirklichkeit. Smart Home, das heißt neue Automatisierungs- und Steuerungsmöglichkeiten und intelligent vernetzte Heizungs- und Belüftungssysteme senken den Energieverbrauch Integrierte Kameras und Alarmsysteme erhöhen die Sicherheit und verbundene Elektronikgeräte und Beleuchtungen verwandeln Ihr Haus in ein trautes Heim. Bodemelektro vernetzt aber nicht nur Ihr Heim. Ein großes Netzwerk an starken Partnern aus Projektplanern, Architekten und Zulieferern macht Bodemelektro höchst flexibel und ermöglicht so große Designvielfalt und ständige Innovation. Mit über 20 Jahren Erfahrung in zeitgemäßer Elektroinstallation macht Bodemelektro Ihr Haus smarter und sorgt mit ideenreichen Lösungen dafür, dass Sie Ihr Haus auch morgen noch begeistert. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020